Hi Lisa, ich würde dir jetzt ganz gerne den Spagatmuhr vorstellen. Dafür darfst du dich jetzt erst einmal hier auf die gepolsterte Fläche hinknien. Nimmst jetzt einen Fuß, denn es geht flach an diese Holzkante hier hinten. Falls du mit dem Fuß wegrutschst, kannst du den Fuß natürlich auch aufstellen, wäre also hier beides möglich. Jetzt suchst du dir ein Bein aus, egal welches, wir machen eh beide, und nimmst die Ferse hier mittig auf diesen Schlitten mal auf. So, jetzt ist es erstmal wieder wichtig, dass du dich aus dem Oberkörper aufrichtest. Dafür hältst du dich auf jeden Fall weiterhin an dem Gestänge hier fest. So, erstes Ziel, was wir hier haben oder verfolgen wollen, ist, dass du dein Knie hier durchstreckst und die Fußspitze erstmal ranziehst. So, da müsste jetzt schon eine gewisse Grunddehnung entstehen. So, und jetzt bleibst du möglichst aufrecht, achtest aber auch darauf, dass du nicht aus der Hüfte hier ausweichst. Dabei schiebst du nämlich jetzt langsam diesen Schlitten nach vorne. Ich will das einmal von hier hinten mitverfolgen. So, achte darauf, oben aufrecht zu bleiben. Und jetzt schiebst du wirklich nur so weit nach vorne, wie die Hüfte nicht ausweichst. So, das kannst du jetzt selber im Spiegel hier auch nochmal kontrollieren. Du siehst jetzt, wenn ich meine Hände hier aufhalte, ob die versetzt sind oder nicht. Und dementsprechend achtest du jetzt darauf, dass die linke Hüfte, wenn jetzt das linke Bein vorne ist, nicht zu weit nach vorne rutscht. So, denk dran, den Fuß weiterhin ranzuziehen. Und dann müsstest du jetzt eine ordentliche Dehnung in der gesamten Beinrückseite spüren. So, wenn du den Oberkörper jetzt zum Beispiel aufrecht nach vorne neigst, bekommst du mehr Dehnung in der Oberschenkelrückseite. Würdest du dich jetzt aus dem Oberkörper mehr nach hinten neigen, haben wir mehr Dehnung hier vorne im rechten Hüftbeuger. Also die zwei Optionen haben wir bei diesem Spagatmover. Und genau, bleibst du jetzt wieder für fünf bis zehn Atemzüge in der Position. Und danach wird das Bein einfach gewechselt. Fußspitze ran. Genau. Gut, dann darfst du die Seite einmal wechseln. Genau. Wieder sicherstellen, dass der Fuß hinten an der Kante ist, den wir mittig aufsetzen. Denk an, die Fußspitze wieder zu dir zu ziehen. Dann haben wir wieder eine Grundspannung, Knie durchstrecken. So, ganz weit aufrichten. Jetzt aus dem Oberkörper nach vorne. Du kannst wieder mit den Händen mitwandern. Genau. So, achtest du drauf, jetzt wieder nicht aus der Hüfte auszuweichen. Wenn das der Fall ist, dass die rechte Hüfte wieder zu weit nach vorne geht, achtest du drauf, dass du dich erstmal hier im Oberkörper aufrichtest, beziehungsweise die linke Hüfte mehr nach vorne schieben. Und hier oben nochmal ausrichten und gerade machen. Ja, genau so. So, wenn du den Oberkörper, wie gesagt, mehr nach vorne neigst, bekommst du mehr Dehnung in der Oberschenkelrückseite. Aufrecht aber. Genau. Und würdest du dich mehr nach hinten lehnen, bekommst du mehr Dehnung vorne links im Hüftbeuge. Also, wie gesagt, diese beiden Optionen stehen nicht offen. Gut. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich